Die Helden der Arbeit gaben mir den Namen Bausparer. Warum? Weiß ich selber nicht so genau. Wahrscheinlich, weil ich als Häuslesbauer so ein bescheidener, normaler Typ geblieben bin. Mit meiner Familie besuche ich öfters den IKEA Freizeitpark. Man kann dort echt viel erleben und es gibt dort viele tolle Fahrgeschäfte. Und natürlich versuchen wir immer den schnellsten Weg durch das Labyrinth zu finden. Belohnt wird meine Familie mit kühlen Getränken. Wir trinken aus einem Glas, wir sind ja schließlich eine Familie. Kaffee aus einer Tasse und Eis aus einer Waffel stärkt unsere Gemeinschaftssinn. Was dort auch echt super ist, man kann sich am Schluss nochmal richtig vollhauen. Unglaublich, es gibt dort einen kostenlosen Stand mit Zwiebeln, Gurken und Ketchup. Genau das Richtige für die Heimreise. Wie gesagt, IKEA ein echtes Erlebnis.